Kapitel 36 Jane Bolley, Hampton Court, März 1540 Ich habe wieder meine alten Zimmer in Hampton Court bekommen, und manchmal, wenn ich aus dem Garten in die Gemächer der Königin gehe, ist mir als sei die Zeit stehen geblieben, als sei ich immer noch eine junge, hoffnungsvolle Braut, als säße meine Schwägerin in guter Hoffnung auf den Thron Englands, als hätte mein Mann soeben den Titel Lord Rochford erhalten, als hätte mein ungeborener Neffe auf sich, der nächste König von England zu werden. Manchmal, wenn ich an einem der breiten Fenster stehen bleibe und in den Garten bis zur Thamse hinunterschaue, glaube ich sie zu sehen, Anne und George, die einen der kiesbestreuten Wege entlang spazieren, ihre Hand in seiner Rhone, die Köpfe zusammengesteckt. Damals beobachtete ich die beiden ständig, seine leisen, zärtlichen Gesten, seine Hand auf ihrer Taille, ihr Kopf an seiner Schulter. Als sie in anderen Umständen war, klammerte sie sich an ihn, damit er sie tröstete, und George war stets liebevoll besorgt um sie, um seine Schwester, die vielleicht Englands Thronfolger trug. Als sie hingegen ich schwanger war, in unseren letzten gemeinsamen Monaten, dann nahm er nie zärtlich meine Hand, oder bedauerte mich auf meiner Bürde. Nie legte er seine Hand auf meine, schwellenden Leib, um die Stöße des Babys zu ertasten, nie bot er mir seinen Arm oder seine Stütze. Es gibt so vieles, das wir nie zusammentaten, und das ich nun vermisse, und gerade weil wir nicht glücklich waren, bedauere ich seinen Verlust umso mehr. Zwischen uns blieb so vieles halbgar und ungesagt, und nun werden wir es eh nie mehr zu Ende bringen können. Nach seinem Tod schickte ich seinen Sohn fort. Er wird nun von Freunden der Horvarts aufgezogen und wird wohl ein kirchliches Amt antreten. Ich habe keinerlei Ehrgeiz mehr, was ihn anbetrifft. Ich habe das reiche Erbe der Bolleins, da ich um seinen Willen anhäufte, verloren, und sein Familienname kann mir kein Ansehen mehr verschaffen, nur noch Schmach und Schande. Als ich die beiden verlor, Anne und George, da verlor ich alles. Mein Gebieter, der Herzog von Norfolk, ist von seiner Reise nach Frankreich zurückgekehrt und verbringt nun Stunden in der vertraulichen Besprechung mit dem König. Er steht hoch in Henrys Gunst. Jeder kann erkennen, dass er aus Paris günstige Neuigkeiten mitgebracht hat. Unsere Familie ist wieder am Aufstieg begriffen, das erkenne ich am stolzen Gang unserer Männer, an Erzbischof Garners neu gewordene Autorität, an plätzlichen Zuschaustellen von Rosenkränzen und Kruzifixen an der Kleidung. Und ich erkenne es daran, wie schlecht es um die Befürworter der Reform bestellt ist. Thomas Cromwell vermag kaum, seine Wut zu verhehlen, und Erzbischof Cranmer ist sehr nachdenklich geworden. Wenn sie dringend um eine Unterredung mit dem König bitten, wird ihnen keine gewährt. Deuthe ich diese Zeichen richtig, dann ist unsere Partei, die Partei der Horvarts und der Papisten, wieder auf dem aufsteigenden Ast. Wir haben unseren Glauben, wir haben unsere Tradition, und wir haben nicht zuletzt das Mädchen, das dem König ins Auge gestochen ist. Thomas Cromwell hat die Kirche ausgeblutet. Es gibt keine Reichtümer mehr, die er dem König anbieten könnte. Die neue Königin, seine Wahl, mag es zwar schaffen, unsere Sprachen zu lernen, aber sie wird niemals anmutig und sinnlich sein. Wäre ich ein neutraler Höfling, so würde ich versuchen, die Freundschaft des Herzogs zu gewinnen und mich auf seine Seite zu schlagen. Nun ruft er mich in seine Gemächer. Ich gehe die vertrauten Korridore entlang, rieche ausgestreuten Lavendel und Rosmarin. Durch die hohen Fenster fällt das Glitzern der Temse herein. Es ist, als wandelten dort vor mir ihre Geister, als sei ihr Rock soeben um die Ecke geweht, als hörte ich das sorglose Lachen meines Mannes. Würde ich nur ein wenig schneller gehen, dann könnte ich sie einholen. Und so ist es jetzt, wie es immer war. Immer hatte ich das Gefühl, wenn ich nur ein wenig schneller ginge, würde ich sie einholen und die Geheimnisse erfahren, die sie miteinander teilten. Ich gehe tatsächlich schneller, wie der besseren Wissens. Doch als ich um die Ecke biege, ist der getäfelte Korridor leer. Nur die Diener in Horvath-Leber stehen vor der Tür. Und von ihnen hatte ich gewiss keiner ihren Geist gesehen. Die beiden waren zu schnell für mich. Wie immer. Selbst im Tod sind sie noch zu schnell. Sie warten nie auf mich. Sie wollten mich nie dabei haben. Die Wachen klopfen und stoßen die Türflügel für mich auf und ich gehe hinein. Wie geht es dem König? fragte Herzog ohne Gruß. Er sitzt hinter seinem Tisch und ich muss blitzschnell umdenken, dass wir eine neue Königin haben und nicht mehr unsere geliebte, hochmütige Anne. Sie ist froh und mutig und sie sieht gut aus, erwidere ich. Aber sie wird nie so schön sein wie unsere Anne. Hat er sie inzwischen gehabt? Das ist äußerst ja. Aber ich nehme an, dass er müde von der Reise ist und keine Zeit für Höflichkeiten hat. Das hat er nicht. Soweit ich das beurteilen kann, ist er immer noch unfähig. Es entsteht eine Pause, während der er sich vom Stuhl erhebt, zum Fenster geht, hinausschaut. Ich muss daran denken, dass wir einst hier standen, als er mich über Anne und George befragte, als er aus dem Fenster schaute und die beiden über den Kiesweg zum Fluss hinunterwandern sah. Ich überlege, ob auch er sie immer noch sieht. Damals fragte er mich, ob ich sie beneidete, ob ich bereit wäre, gegen sie auszusagen. Er sagte, ich könnte meinen Gemahl retten, wenn ich sie belastete. Er fragte mich, ob ich George mehr liebte als sie. Er fragte mich, ob ihr Tod von mir etwas ausmachen würde. Seine nächste Frage bricht in die Erinnerung ein, die ich so gern vergessen würde. Glaubt ihr, er könnte, er zögert kurz, behext worden sein? Behext? Ich trau meinen Ohren kaum. Will der Herzog allen Ernstes andeuten, dass der König bei seiner Frau impotent ist, weil er verflucht oder behext worden ist? Sicher, das Gesetz dieses Landes besagt, dass nur Hexenzauber einen gesunden Mann impotent machen kann, doch wie jeder weiß, führen auch Krankheiten oder Eiter dazu und der König ist korpulent, vor Schmerzen fast gelähmt und krank an Körper und Seele. Behext? Das letzte Mal, als der König behauptete, das Opfer von Hexerei zu sein, beschuldigte er meine Schwägerin Anne, die daraufhin den Richtblock besteigen musste. Sie war der Hexerei schuldig. Der Beweis war das Königs Impotenz bei ihr und ihre Wolllust mit anderen Männern. Ihr könnt nicht ernsthaft glauben, dass die Königin Ich breche ab. Niemand könnte glauben, dass diese Königin wie eine andere Königin Die Eindeutung ist so gefährlich, dass ich sie nicht einmal in Worte fassen kann. Das Land würde es nicht aushalten. Niemand würde es glauben. Nicht schon wieder. Ich breche ab. Er kann das doch nicht schon wieder tun. Ich denke gar nichts. Aber wenn er unfähig ist, dann muss es an Hexenzauber liegen und wir könnten ihn behexen, wenn nicht sie. Ich schweige. Wenn der Herzog Beweise gegen die Königin sammelt, dann ist ihr Leben kein Pfifferling mehr wert. Im Augenblick begehrt er die Königin nicht, sage ich behutsam. Aber ist das so schlimm? Sein Begehren kann sich doch noch einstellen. Schließlich ist er noch nicht mehr jung und auch nicht gesund. Der Herzog nickt. Ich versuche zu erraten, was er hören möchte. Und er begehrt andere, füge ich hinzu. Aha, das stützt ja die Anklag, ändert er die Taktik. Es könnte sein, dass er nur bei der Königin behext ist, so dass er in ihrem Bett kein Mann sein kann und England keinen Sohn Erben schenken kann. Wenn ihr das sagt, stimme ich zu, sinnlos zu widersprechen, dass er nicht mehr so viel Lust hat wie früher, weil er alt und oft krank ist und nur eine kleine Schlampe wie Catherine Horvath mit ihren Kniffen und ihrem Liebesreiz kann ihn noch erregen. Also, wer würde ihn behexen? Da harte Herzog auf seine Frage. Ich zucke die Achseln. Welchen Namen ich auch nenne, der Betreffende sollte schleunig sein Testament machen, denn wer beschuldigt wird, den König verhext zu haben, ist so gut wie tot. Es wird kein Beweis seiner Unschuld oder ein Bestreiten seiner Schuld geben, denn nach dem neuesten Gesetz sind verräterische Absichten oder Gedanken ein ebenso schweres Verbrechen wie die Tat selbst. König Henry hat dieses Gesetz gegen die Gedankenverbrechen seines Volkes erlassen und sein Volk wagt nicht zu denken, dass er sich irren könnte. Ich weiß nicht, wer so etwas Verruchtes tun sollte, sage ich nachdrücklich. Ich kann mir niemanden vorstellen. Er empfängt die Königin Anhänger Luthers. Nein, nie. Das entspricht der Wahrheit. Sie achtet sehr darauf, sich gemäß englischer Geflogenheiten zu verhalten. Sie folgt den Gottesdienstregeln Erzbischof Kranmas, als sei sie wie Jane Seymour geboren, um zu dienen. Er fängt sie zuweilen, Papisten. Diese Frage erstaunt mich doch sehr. Immerhin stammt die Königin aus Kleve, der Hochburg der Reformation. Man hat ihr beigebracht, Papisten für Antichristen zu halten. Natürlich nicht. Sie wurde als Protestantin geboren und erzogen. Sie wurde von Protestanten erwählt und in unser Land gebracht. Wie könnte sie da Umgang mit Papisten fliegen? Sie ist mit Lady Lissl befreundet. Ein rascher Blick drückt meinen Sätzen nur zu deutlich aus. Wir müssen bereit sein. Wir müssen vorbereitet sein. Unsere Feinde lauern überall, warnt er. Der König selbst teilte Lady Lissl ihren Haushalt zu und ihre Tochter Anne Besset ist einer seiner Lieblinge, halte ich dagegen. Ich wüsste von keinen Beweisen gegen Lady Lissl, weil es keinen gibt und niemals welchen geben wird. Oder mit Lady Southampton. Lady Southampton? Wiederhole ich ungläubig. Ja. Ich weiß auch von keinen Beweisen gegen Lady Southampton, sage ich. Er nickt. Wir wissen beide nur zu gut, dass Beweise besonders für Hexerei oder den bösen Blick nicht schwer zu beschaffen sind. Zuerst verbreitet man ein Gerücht, dann wird der Betreffende angeklagt und mit einem Hagel von Lügen überschüttet und am Ende stehen ein Schauprozess und ein Urteil. All dies wurde schon einmal aufgeführt, um den König von seiner Frau zu befreien, der, der überdrüssig war, eine Frau, die aus Schafott geschickt wurde, ohne dass ihre Familie einen Finger zu ihrer Rettung rührte. Er nickte und ich warte lange. Ich warte in stummer Furcht. Ich denke, dass er mir befehlen könnte, Zeugnis abzulegen, das den Tod einer Unschuldigen bedeuten wird und überlege, was ich dagegen halten könnte, wenn er so etwas Furchtbares von mir verlangt. Ich hoffe, genug Mut aufzubringen, um ihn ein solches Ansinnen abzuschlagen, doch ich weiß, dass ich diesen Mut nicht aufbringen werde. Er jedoch schweigt und so mache ich einen Knicks und gehe auf die Tür zu. Vielleicht wird er doch nicht mehr von mir verlangen. Er wird Beweise für Hochverrat finden, sagte Herzog, als meine Hand bereits auf der Messingklinke ruht. Er wird Beweise gegen sie finden, wie ihr sehr wohl wisst. Zugleich erstahre ich. Gott sei hier gnädig. Er wird Beweise finden, dass ihm entweder die Papisten oder die Lutheraner eine Hexe in sein Gefolge geschickt haben, um ihm die Mannes Kraft zu nehmen. Ich versuche, jeden Ausdruck aus meinem Gesicht zu bannen. Panik ergreift mich bei seinen Worten, denn auch ich könnte in Gefahr geraten. Es ist besser für uns, wenn er der Meinung ist, die Lutheraner hätten den Verrat begangen, mahnt er. Und nicht unsere Partei. Ja. Wenn er nicht auf ihren Tod aus ist, kann er eine Scheidung erlangen, aufgrund der Tatsache, dass sie durch einen früheren Kontakt gebunden war. Wenn er es nicht verschlägt, dann wird er eine Scheidung erlangen, weil er sie von Anfang an nicht begehrte und deshalb nicht in die Ehe gewilligt hat. Er hat »Ich will vor Zeugen« gesagt, wispere ich. »Wir alle waren zu gegen.« »Innerlich hat er nicht eingewilligt«, sagt der Herzog. »Oh«, ich stutze. »Das sagt er jetzt?« »Ja.« Wenn sie aber leugnet, durch einen früheren Kontakt gebunden zu sein, kann er immer noch darauf pochen, dass er die Ehe nicht vollziehen kann, weil die Hexerei seiner Feinde ihn daran hindert. »Der Papisten?« frage ich. »Papisten wie der Freund der König Lord Lyssel.« Ich schnappe nach Luft. »Lord Lyssel würde angeklagt werden?« »Es könnte geschehen.« »Und wer ist der Schuldige, wenn es eine Hexerei der Lutheraner sein sollte?« flüstere ich. »Ein Lutheraner wie Thomas Cromwell beispielsweise.« Entsetzt starre ich ihn an. »Der ist jetzt ein Lutheraner?« Er schmunzelt. »Der König wird glauben, was er will«, sagt er gespeilig. »Gottes Weisheit und wird ihn leiden.« »Aber wer glaubt er, hat ihm seine Manneskraft genommen? Wer ist die Hexe?« »Das ist die wichtigste Frage, besonders für eine Frau. Es ist immer das Wichtigste, was eine Frau wissen muss. Wer wird als Hexe gebannt werden?« »Besitzt sie eine Katze?« fragt er. »Ich spüre, wie mir vor Angst eiskalt wird, als wäre mein Atem Schnee.« »Ich?« stammel ich ungläubig. »Ich?« Er lacht. »Ach, nun schaut mich nicht so an, Lady Rochford. niemand wird euch beschuldigen, solange ihr unter meine Protektion steht.« »Übrigens, ihr habt doch keine Katze, oder?« »Keinen versteckten Hausgeist?« »Keine Wachsuppen?« »Ihr feiert keine mitternächtlichen Hexensabatte?« »Scherzt nicht darüber,« sage ich mit zitternder Stimme. »Dies ist keine Sache, über die man Witze macht.« »Sogleich wird er wieder ernst.« »Ihr habt recht. Also, wer ist nun die Hexe, die dem König seine Manneskraft raubt?« »Ich weiß es nicht. Von den Hofdarm keine, keine von uns.« »Könnte es vielleicht die Königin selbst sein?« deutet er an. »Ihr Bruder würde ihr beistehen,« stammel ich. »Selbst, wenn ihr nicht auf den Bund mit ihm angewiesen seid, auch wenn ihr aus Frankreich mit einer neugeschmeidigen Freundschaft zurückgekehrt seid, könnt ihr doch nicht riskieren, mit ihrem Bruder verfallen zu sein. Er könnte das ganze protestantische Lage gegen uns aufringen.« Er zuckte die Achseln. »Ihr könnt noch merken, dass er sie keineswegs verteidigen wird, und ich habe uns tatsächlich die Freundschaft Frankreichs gesichert. Komme, was der wolle.« »Ich gratuliere euch, aber die Königin ist die Tochter des herzoglichen Hauses Kleve. Sie kann nicht zur Hexe gestempelt und von einem Dorfschmied gedrosselt und dann im Kreuzweg mit einem Flock durchs Herz begraben werden.« Er breitet die Hände aus, als hätte er nichts mit dieser Entschlüsselung zu tun. »Ich weiß es nicht. Ich diene nur seiner Majestät. Wir werden abwarten müssen, aber ihr solltet sie aufmerksam beobachten. Ich soll bei ihr nach Anzeichen von Hexerei suchen? Ich muss mich zusammennehmen, um nicht völlig ungläubig zu klingen. »Zu Beweis Zwecken«, sagt er. »Wenn der König Beweise wünscht, Beweise für irgendwas, werden wir Horvarts ihm liefern.« Er macht eine Pause. »Nicht wahr?« »Ich sage nichts.« »Wie wir es immer getan haben.« Er wartet auf meine Zustimmung. »Nicht wahr?« »Ja, my lord.«